Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute das angesprochene zweite Fantasy-Orakel-Spiel. AFC Richmond, ihr wisst worum es geht. Ted Lasso ist zu Ende. Die dritte Staffel war auch gleichzeitig die letzte Staffel. Und ich habe mich hier für Manchester City als Gegner entschieden. Ich werde jetzt ein bisschen rumspoilern hier, was die Serie angeht. Also wer sie noch nicht gesehen hat, sollte jetzt an dieser Stelle ausmachen und die Serie auf jeden Fall gucken. Ah, verdammt. Ja, einer der Gegner von Richmond oder der Erzrivale ist ja West Ham United. Und die andere Mannschaft, die dort auch noch auftritt und sogar einen Cameo-Auftritt von Pep Guardiola hat, ist Manchester City. Nice one. Zählt das oder wie der Abseits gilt? Ja, es ist Manchester City. Im Finale geht es im Endeffekt darum, das letzte Spiel, ähnlich wie Bundesliga-Konferenz ist es da in der Premier League, dass beide Spiele gleichzeitig stattgefunden haben. Wir haben einmal West Ham United gegen den AFC Richmond. Das Spiel gewinnt Richmond. Und dann haben wir im Parallelspiel sozusagen Manchester City gegen Liverpool ist es, glaube ich. Und da ist der Fall eben, dass du bis zum Ende des Spiels von Richmond nicht weißt, wer das Spiel gewonnen hat. Du weißt nur, dass Manchester City, glaube ich, in Führung gegangen ist. Und stellt sich raus, Richmond hat zwar ihr Spiel gewonnen, aber es hat nicht gereicht, weil Manchester City hat auch gewonnen. Und damit ist Manchester City Sieger der Premier League. Und Richmond auf Rang 2, weil West Ham irgendwie dann auf Rang 3 oder 4 fällt. Dadurch, dass Richmond gewinnt. Und Richmond ist somit in der Champions League. Ich finde es ein bisschen schade. Das hätte man noch ein bisschen besser ausarbeiten können vielleicht. Deshalb, ich habe ja gesagt, ich würde der Serie so 9 von 10 Punkten geben. Man hätte vielleicht doch noch eine Staffel machen können, in der man dann so ein bisschen drauf eingeht, wie es ist in der Champions League zu spielen. Weil das ist ja nochmal ein komplett neuer Aspekt im Endeffekt. Und was man hätte vielleicht auch noch ein bisschen ausarbeiten können, ist eben die Tatsache, wenn die Spieler, ja, Länderspielpause haben. Das wird halt auch mal kurz angedeutet. Aber eben auch leider nur kurz angeschnitten. Und dann wird dann irgendwie gefühlt ein riesen Fass aufgemacht zwischen zwei Spielern. Aber das ist dann halt, nachdem die Länderspiel oder das Länderspiel war, ist das Thema halt auch wieder total egal. Also man versteht schon, warum. Das sollte einfach nur dieser Break sein, weil du diesen Charakter hast, der total lieb und nett ist. Und beim Länderspiel auf einmal mega abgeht. Und also beziehungsweise auch vorher schon total steil geht. Und als er dann merkt, okay, wir sind jetzt hier Gegner, weil wir für unterschiedliche Länder spielen. Und wenn das Spiel dann, oder als das Spiel dann vorbei war, war wieder auf einmal plötzlich alles easy peasy und cool. Und wird nicht weiter darauf eingegangen, sag ich mal. Das wäre auch nochmal sowas gewesen. Oder der eine Spieler, der halt wegen Bestechung nicht für sein Land antreten durfte, weil sein Land sozusagen, der Verband seines Landes bestochen wurde, dass er nicht mitspielen soll oder nicht nominiert werden darf. Das wird halt auch nicht so wirklich mehr. Ich meine, zum Schluss gibt es nochmal so eine Montagescene, sag ich mal, wo alles so ein bisschen versucht wird zuzumachen, was da aufgemacht wurde an Fäden, nenne ich es jetzt mal. Da wird das dann nochmal so ein bisschen angedeutet, dass alles ganz nett ausgeht. Ist ja auch eine Feelgood-Serie, ne. Das hat man ja im Endeffekt auch schon so halbwegs erwartet. Genauso wie man diesen Twist erwartet hat, dass Richmond nicht Premier League-Sieger wird. Den Twist haben sie ja in der ersten Staffel auch schon gebracht. In der ersten Staffel geht es ja darum, ob sie absteigen oder nicht. Und da geht man ja davon aus, okay, die werden ihr letztes Spiel gewinnen oder die nötigen Punkte holen, um drinnen zu bleiben. Und dann kommt ja der Twist, ne, sie steigen ab. Und dadurch hat man diesen Twist halt auch schon hier in der dritten Staffel jetzt kommen sehen, dass sie nicht Meister werden. Das war klar. Aber da hätte man noch eine gute Frieden-Staffel irgendwie daraus bauen können, dass man dann so gesagt hätte, okay, vielleicht werden sie dann wieder nicht Meister, dafür gewinnen sie die Champions League. Oder sie gewinnen die Champions League nicht, fliegen da direkt am Anfang in der Gruppenphase raus, das wäre ja auch Potenzial gewesen, weißt du? Fliegen direkt raus, kriegen in allen drei Spielen auf die Mütze. Damit wird dann halt angedeutet, okay, Champions League ist was für erfahrene Mannschaften. Champions League, da spielen halt krasse Mannschaften, die ganz anderes Potenzial haben. Und das ist dann erstmal Drama am Anfang. Und daraufhin hat Richmond aber nicht diese Doppelbelastung mehr, also oder Dreifachbelastung, Vierfachbelastung, was auch immer die da in England haben. Dann gewinnen sie auf einmal dafür die Premier League. Weil City zum Beispiel die Doppelbelastung durch die Champions League noch hat oder sowas. So hätte man ja theoretisch nochmal reingehen können. Aber da wird ja zum Schluss halt auch aufgemacht, so von wegen, dass da Anteile vom Klub verkauft werden und dann könnte man Ted Lasso zum bestbezahlten Trainer der Liga machen und sowas. Und das nimmt er ja nicht an. Aber war ein guter Versuch. Oder dass der Klub halt generell verkauft wird und sowas. Darauf wird ja im Endeffekt eingegangen. Was ja dann nachher nicht so passiert. Aber es ist auch eine gute Lösung, dass sie dann nachher Roy Kent als Ersatztrainer reinholen. Ich hatte zuerst gedacht, dass sie... Oh, ich habe den Schauspieler vergessen. Den Namen oder auch den Charakter, der kurzzeitig West Ham trainiert. Der als erstes Zeugwart ist er, ne? Schönes Ding. Super gemacht! Der macht sein nächstes Tor. Nummer zwei am heutigen Tage. Drei zu null. Der hieß... War er das Obisanya oder so? Ne, Obis... Warte mal, ich habe das schon wieder vergessen mit den ganzen Namen. Obisanya war der andere. Genau, sorry. Royas. Royas, genau. Warte. Dann werden wir natürlich auch direkt nochmal die Chance nutzen und Zawa reinholen. Und Roy Kent natürlich auch noch reinholen. Um hier nochmal ein bisschen frischen Wind nach vorne zu bringen. Und die Spieler natürlich nicht außen vor zu lassen, ne? Aber ich sage ja, das ist einfach so eine Feelgood-Serie. Ich muss sagen, in der dritten Staffel, da war mir die ein oder andere Folge ein Ticken zu lang, beziehungsweise man hätte da vielleicht hier und da noch ein bisschen mehr in die Richtung Fußball gehen können. Ich meine, die Serie zeichnet sich natürlich in erster Linie nicht unbedingt für Fußball aus, sondern für diese zwischenmenschlichen Aktionen, was sie ja auch immer wieder grandios machen. Was aber hier und da in der dritten Staffel so ein bisschen... Ja, da hat man schon so ein bisschen gemerkt, okay... Als wenn sie sich da so ein bisschen verlaufen hätten, so ein bisschen... Wir haben so ein bisschen die Sachen aufgemacht, so... Die nicht unbedingt Not getan hätten, wo man sich schon so denkt... Okay, jetzt ist das Drama ein bisschen zu groß gemacht. Und das habt ihr euch so ein bisschen zu sehr reingedrückt, so ein bisschen vorschlaghammermäßig. Das hätte so theoretisch nicht stattfinden müssen. Das hätte man auch ein bisschen lockerer klären können, so. Generell fand ich, dass sie in der dritten Staffel halt ein paar Sachen aufgemacht haben. Ich sag ja, da hätte man vielleicht nur eine vierte Staffel draus machen können. Oder man hätte... Man hatte ja zwölf Folgen Zeit, also man hätte ja vielleicht ein bisschen straffen können alles. Beziehungsweise man hätte dann vielleicht auch gewisse Sachen ein bisschen eingekürzt und andere Sachen dafür ein bisschen ausspielen können. Aber gut, das ist eben seine Sache, wie er da im Prinzip seine Serien aufbaut oder wie andere Leute das dann halt empfinden. Aber trotzdem ist es eine coole Serie. Da hat man viele coole Schauspieler und Schauspielerinnen, die ihren Job sehr gut gemacht haben. Ich muss sagen, die haben diesen Schwung auch gut hinbekommen, so zwischen emotionalen Momenten, die sehr traurig waren, aber auch wieder Momenten, die sehr glücklich waren. Aber irgendwie fühlt es sich so an, als wenn drei Staffeln entweder irgendwie... Ah, verdammt. ...zu kurz sind für das, was sie erzählen wollen. Oder auch irgendwie zu viele Themen vielleicht aufgemacht... Ah, Alter, dass er den noch reinkriegt da in die Nummer. Stark. Dass er den da noch reinbekommen hat. Ich habe den Torwart noch versucht, möglichst früh rauszuholen, aber trotzdem kriegt er das Ding so noch reingehoben. Das hätten wir nicht geschafft. Also ich hätte das nicht hinbekommen. Das kann ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen. Aber ein Gegentor kriege ich mit Richmond immer, ne? Müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht noch kurz vor Schluss... Alter, da hat er offensichtlich einen von mir umgehauen. Nein. Müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht noch kurz vor Schluss... Alter. Uns hier noch ein Gegentor fangen oder so. Oh, da... Da habe ich Glück gehabt, dass hier nicht hier noch irgendwie... Und man spürt, da gibt es noch einen Elfenmeter oder so, was für die rumkommt. Boah, Meister. Ey, diese Pässe. Da kriege ich auch immer die Krise. Das muss natürlich nicht sein. Okay. Schöne Sache. Haben wir Manchester City besiegt und sind in unserer Fantasy-Liga, nachdem wir West Ham platt gemacht haben... Da ist er. Siehst du? Beide Trainer. Uh, schönes Bild. Sie waren hier die Krise. Nachdem wir beide Mannschaften platt gemacht haben, sind wir in der Fantasy-Premier-League auf Rang 1. Na? Ich denke, das ist ein guter Abschluss. Schreibt mir gerne eure Gedanken zur Serie in die Kommentare. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut sie euch an. Dafür lohnt sich auch diese 8 Euro oder was das da pro Monat sind für Apple TV Plus. Und man hat, glaube ich, auch einen Dingsmonat. Jedenfalls war das damals so, als ich das abgeschlossen hatte, dass du irgendwie einen Gratismonat hattest oder so. Eine sehr, sehr schöne Serie, bei der ich bis zum Schluss immer noch hoffe, dass vielleicht doch noch eine Staffel kommt oder dass vielleicht noch irgendwie ein Special-Film oder sowas bei rumkommt. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, hat Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen. Ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid dann beim Champions-League-Finale, wo es dann auch wieder mit Manchester City weitergeht gegen Inter Mailand. Ich hoffe, da seid ihr auch mit dabei. Und bis dahin sage ich einfach mal, ciao!